Was ist, wenn ich Sex habe, bevor ich heiratet bin? Ich glaube, du musst nur bereit sein, um zu sterben. Ich glaube, du musst nur bereit sein, um zu sterben. Kicks, in dem mal einer sagen, dass das VWT gestorben ist, wenn dein Part kommt. Da wird's ne miese Runde, sagt Standard der Klamotten in nem Levi's Hoodie. Die saustarke Performance hat nen fetten Preis verdient. Du bist mit Leather Noob im Team und auch der Schlechteste im Team. Ey, da kommt Low Leather Noob, jetzt wird das Kind auch verbrannt. Ey, Mann, du klingst so als kämpft du mit deiner Zwille zum Kampf. Ja, Mann, du hast sicherlich gleich die Jahrhundertrunde raus. Und mit uns erinnert Zett, man hat den Chopper-Chops getaucht. Und by the way, dass man Jokes über Streams alle macht und es bei dir dann selbst nicht läuft. Wird ja noch niemand gebraucht. Da gibt's Reaction-Videos und niemand zieht sich den Shit rein. Digga, fuck, wie kann man Mitglied von dem Zirkel-Virus sein? Das ist so unbeschreiblich peinlich, hört mal auf mit dem Scheiß. Ihr hört den Beater noch im Stream und euer Traum an geht rein. Helo hat euer Idol kurz in den Hintern gefickt. Und ihr habt euch danach alle mit nem Zirkel geritzt. In so ne Bubble kommen auch ne wahnsinnige rein. Wenn er auf den Tweet von euch ne Antwort gibt, dann rahmt die dir gleich ein. Den Aufwand für die Runde bist du Wichser. Niemals wertlos depressiv in Zirkelrunden, weil du nicht so bist wie er. Was für Flow-Fehler, Digga, was hast du denn für ein Schaden? Ich bring Variation und du musst deinen Stimmansalz verkacken. Ihr wundert euch, warum ich bei Ticks Runde fetter klinge. Ist doch faszinierend, dass wir ne Scheiß-Hook, ihr Spezialisten. Du findest meine Runde gut, ja krass, Mann, danke. Ey, Luca, von dir find ich wirklich alles kacke. Komm, ständig in Reactions mit dem Battle-Rap-Verständnis. Doch als allerhöchst ist deine fucking Rapper gegen Carried. Und Creasy ist so lame, Digga, ich mag es nicht mehr, Mann. Du teapst auch nur mit dem, dass du ein Bier der Angriffsfläche hast. Ey, Luca, Mann, das was versucht, den letzten Ausweg. Schreib den als Feature rein, dass der aus der Bewertung rausfällt. Der Schirm wird nicht viel helfen, deine Fehler zu verkraften. Denn mit dir am Team wird er auch nur im Regen schlingeln lassen. So nen Team-Partner zu haben, ist ein Ultras-Matter-Move. Der Hässe und der Hörte, Scheiße, da wächst du ja fast schon gut. Rauchen in der Clips, das sagst du, who is on wieder? Wenn du selber aussiehst wie der letzte Schulhof-Dealer. So langsam merkt es schon, dass du euch die ganze Klasse hast. Und als Racher dafür meint, ihr fühlt haltet, der kann die Band. Ihr seid Gesamt-True-Sprayer, die gleich jeden verraten. Und so scheiße dabei, dass euch dann die Lehrer noch was tun. Man rappen ist für euch, dass ihr nur rumtreut, anstatt was zu reißen. Ein größtes Killing, ihr habt, ist die Schule, um ganz abzuschreiben. So schnell und hierher verraten.